Willkommen zurück bei FSM Teen! Heute zeige ich euch ein paar Übungen um eure Schnelligkeit zu verbessern, damit ihr so schnell werdet wie ich, Braviusenbold. Wie bei jeder Übung beginnen wir erst mal damit uns aufzuwärmen. Dafür zeige ich euch ein paar Übungen um euch spezifisch auf die Schnelligkeitstraining vorzubereiten. Schnelligkeit ist nicht weil ich die Schnelligkeit jedem angeboren. Aber auch hier führt die richtige Technik zum Erfolg und dies zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal zeige ich euch den Unterschied zwischen Fußball und Ferse. Das ganze nennt man Sohle, Fußball und Ferse. Für die richtige Technik beim Schnelligkeit brauchen wir nur Fußball. Wir arbeiten praktisch nur mit dem Fußball. Wir kommen mit der Ferse nicht auf den Boden. Um die optimale Geschwindigkeit zu erreichen, ist der erste Schritt entscheidend und darauf gehen wir jetzt näher ein. Fußball und Ferse nicht auf den Boden. Um das zu schauen. Fußball. Fußball. Untertitelung des ZDF, 2020 Nun kommen wir zu den Sprints, dabei versuchen wir auf die einzelnen Schritte zu achten. So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht Gefällt mir zu drücken und natürlich mich zu abonnieren. Hier findet ihr noch mehr Videos von mir und schaut natürlich bei meinem Instagram Account vorbei. Und vergiss nicht Salat zu machen.